Ein herzliches Grüß Gott aus dem Laberntal. Ich habe die Freude, einen kurzen Überblick über die Gegend zu geben, über die Schrottalm, wo der diesjährige Almbandertag hingehen soll. Wir befinden uns im rechten oberen Eck von Kärnten im oberen Laberntal. Da sieht man jetzt im Hintergrund die Hirschäckeralm und dann davor die B70 und die A2. An der Raststätten-Ult-Däumen jetzt die rote Linie, wo man sieht, ist dann der Weg auf zur Schrottalm. Da sieht man jetzt im Hintergrund die Hirschäckeralm, die Lernhati-Alm, das Gaberl und der Salzstiegel. Und das ist eigentlich der Wanderweg über die Schrottalm Lidl-Hüten auf zur Görlitzer-Hüten. Jetzt ein paar Bilder rund um die Hüten, bevor es mit dem Weg auf zum Schiff in der Kreuz weitergeht. Ein Blick auf die Schrotthütten. Hier sind die Kohlmannsölfen das eigentliche Ziel unserer Wanderung. Hier findet auch beim Schieflinger Kreuz die Heilige Messe statt. 20 Minuten nach der Schrotthütten ist schon die Lidl-Hütte für müde Wanderer. Circa eine Stunde geht man bis zur Görlitzer-Hütte. Die wunderschönen Landschaft über der Baumgrenze lässt sich hier nach Herzenslust wandern. Die wunderschönen Landschaft über der Baumgrenze lässt sich hier nach Herzenslust wandern. Die wunderschönen Landschaft über der Baumgrenze lässt sich hier nach Herzenslust wandern. Die wunderschönen Landschaft über der Baumgrenze lässt sich hier nach Herzenslust wandern. Die wunderschönen Landschaft über der Baumgrenze lässt sich hier nach Herzenslust wandern. Die wunderschönen Landschaft über der Baumgrenze lässt sich hier nach Herzenslust wandern. Die wunderschönen Landschaft über der Baumgrenze lässt sich hier nach Herzenslust wandern. Musik Musik